Das hier ist ein geiler Job. Mein Name ist Mürsel, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin hier in Warehouse 1 und bin bei der Firma DAXA als Schichtleiter tätig. Wir sind hier Dienstleister. Wir lagern zwischen für die Kunden. Die LKWs, die werden hier beladen, entladen. Wir planen Umfuhren täglich ins Außenlager. Und dann schicken wir es an den Empfänger weiter. Man kann hier jeden Prozess kennenlernen. Wir dürfen hier mit der neuesten Technik arbeiten, mit mobilen Datenerfassung, mit MDE, mit Terminals, mit iPads. Ich arbeite gerne mit den Azubis, weil ich auch mal ein Azubi war. Die sind immer aufgeregt, etwas Neues zu machen mit den Maschinen. Wenn sie einen Staplerschein haben, dann kommen sie direkt zu uns und sagen, wann darf ich fahren, wann darf ich fahren. Wir haben Hochregalstapler, Frontstapler, Schnellläufer, Ameisen, Kommissioniergeräte. Mein Job macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil es mir im Blut liegt. Warum? Weil wir hier viele Prozesse haben, wo wir jeden Tag neue Herausforderungen haben. Ich glaube, wir sind so erfolgreich, weil wir hier als Team arbeiten. Wir sind hilfsbereit, wir vertrauen uns gegenseitig, wir sind ehrlich zueinander. Es ist hier wie meine Familie. Wenn ich hier auf der Arbeit bin, dann fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Also wir lachen viel, auch wenn es anstrengend ist. Wenn wir acht Stunden arbeiten, dann sind wir auch acht Stunden immer am Lachen, aber die Arbeit läuft. Man hat hier viele Karrierechancen, kann sich hier immer weiterbilden. Die Mitarbeiter, die bei DAXA anfangen möchten, sind hier alle willkommen. Also es macht Spaß, aber wir haben immer was zu tun. Und das ist das! Und das ist das!